hallo und willkommen zurück bei seven days to die let's play to get out mit der tibra grüß euch ja wir spielen ein bisschen leichter ja wir haben die schwierigkeitsgrad ein bisschen nach unten korrigiert schauen wir mal ob es hilft dass wir nicht täglich die zombie malten haben sobald wir rausgehen sobald wir den arsch raus bewegen ja ich bin gerade dabei dass ich noch anbus bolzen baue die sind ziemlich empty und wir brauchen federn wir brauchen federn und wir wollen natürlich weiter lupen das heißt jetzt geht es mal fährt okay bist du schon ich bin bei der dings brücke ok wie immer des nächtens haben sich wieder mal einige eingebaut genau da drüben sieht man was liegen oder was ist denn das da vorne hast du zugemacht ja jetzt muss ich dann mal anständig waffen zusammenbauen fragen wir gerade wo der reinkommen ist oder er ist ja innen gespawnt naja das kann natürlich sein oder er tut nur so und sprengt gleich auf sprengt mir ins gesicht so richtig mache ich schon okay und bringt es gleich retour ja der der gammel peter bitte nimmt er die gammel peter so ansonsten scheint alles ruhig zu sein den schwierigkeiten grad entsprechend okay da liegt auch einiges ist ja interessant das ist ehrlich gesagt etwas was bei den survival games mittlerweile anzipft ein bisschen ja also ich genieße es so was wie ton glänze jetzt momentan parallel zu spielen und nicht nur die weil man muss sich nicht ständig um diese tageist themen kümmern dort was reparieren da was noch fahren du das habe ich aber jetzt bei kraft welt auch die gegner kommen zerstören alles und du baust wieder in ihrer auf ja das ist ja die game setzen natürlich mehr auf realismus das ist überhaupt kein thema aber mit dem nachteil so ich nehme ein paar stacheldraht zusammen mit mhm das ist ein stück genau so so der zugmacht ja ach gott wo ah bei mir da drüben und der hund ja gut wir werden trotzdem regelmäßig hunde haben das ist natürlich da mit dem standort schon mal da vorne liegt auch was sag mal ich habe ja alles zugemacht ja 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 da fehlt auch noch mehr da ist ein loch wo ist ein loch brauchen wir einen zaun oder was ja ach gott jetzt kann ich wieder reinlaufen ja wie viel drei drei löcher ja ach das wird nur sein von wie wir nicht aufgenommen haben halt der falter wenn du dich der schwierigkeitsgrad höre wann seid ihr denn reingekommen wow du arschloch da seht ihr wie es mir geht wie die tibre so mit mir spricht nein das ist ja nicht wahr war das hinter mir nein das war bei mir ich höre der tibre in sand nämlich auch weil wir uns über das Milchpult unsere Sandkanäle scheren du ich glaube das bringt gar nichts dass wir einen geringeren Schwierigkeitsgrad haben da sind mördermäßig die frage ist ob es übernommen wird ich meine es müsste übernommen werden aber wie schnell das dann auch soll kommen schon mhm weil wir haben natürlich auch einen gewissen Tag und wir haben eine gewisse Bs und das das ganze rechnet sich immer in diesen Gamer Score mit dem die Zombies berechnet werden so so da kommt das nächste Miststück die lauf nicht vor dir und dass ich in einem Brust Pulzen stecken habe ja so ich lauf gleich einmal auf die Nordseite weil da randalieren soll ja bitte ziemlich bevor da wer durchbricht mhm hmm lauter tolle Sachen ein stinkiges Sandwich das ist grad ganz merkwürdig die Anzeige äh weil Weil sie irgendwie in Trance verfallen, sobald sie einmal angeschossen sind, sie nicht mehr bewegen. Echt? Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig. Ok, ist der immer Loch. Aber er muss in Schwierigkeitsgrad umgeändert haben, weil ich brauche wesentlich weniger Polzen. Ok. Ich laufe da kurz mal den Zaun entlang. Mhm. Irgendwo höre ich da noch jemanden. Ist das bei dir? Ich sehe gerade nichts. Ist das bei mir? Ich komme mir echt vor wie in den Hefen. Wer wollte den Zaun? Weiter mal, lassen wir mal überlegen, wer den Zaun wollte. Genau. Ohne Ausgang. Und wer ihn flächig ohne Ausgang wollte, ja genau. Wobei auf der Seite, wo sie da fehlen, da kommt ja ein Tor wieder hin. Haben wir gesagt. Wirklich? Hätten wir gesagt, ja. Da sind auch überall Leichen. Ihr sagt spinnig. Wie kommen die da rein? Hallo? Ich glaube, ich sehe da vorne ein Loch. Ja. Da haben sie auch mehrere rausgerissen. Mhm. Zwei fehlen da. Ach. Ja. Also das mit dem Zaun war keine gute Idee. Wenn du sowas baut, dann baut es vor dem Zaun unbedingt auch irgendwelche Holzstacheln oder so. Das können wir noch machen, ne? Ja. Naja. Oh. Die Südseite ist komplett im Eimer. Komplett. Da ist alles offen. Ach. Ich will nicht mehr reparieren. So. Ach. Achso, ich habe jetzt nichts. Oh, und ich bin gejagt. Oh, da ist er. Hup. Gleich mal raus zu ihm. Da komm her. Er kommt wieder raus. Da drin gibt es nichts. Mhm. So. Ich laufe mit meinem Blöckchen. So. Da. Ich habe nie Käse. Schmoren mit Ohren. Ja. Und ich weiß, warum wir so schlecht hören können. Weil die Tibor und ich haben gerade gerätselt, warum wir in Ingame-Sound teilweise total vergessen umzustellen. Okay. Sound. 5.1 auf Stereo. Mischpult, hörst du noch das Stereo tun? Ach. Also, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei mir. Mhm. Ich glaube, an dem liegt es. So. Das werden wir dann zwischen den beiden Folgen dann gleich erledigen. Genau. Ich höre nämlich teilweise hinter mir nichts. Ding, 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 ding. Ja. Und da ist unten ein Loch. Also, wir brauchen Zäune. Wir brauchen... Ja. Achtung, Hund, Hund, Hund. Ja. Huch. Was machst du jetzt? Äh, drüber springen? Aha. Soll ich nicht zum Reparieren holen? Ja, dann hol zum Reparieren. Aber ich werd... Ich würd kurz rausgehen, oder? Ja, ist okay. Ja, dann hol ich das ganze Zeug. Da liegt ja genug rum. Ach Gott. Hm. Was denn? Nee, den... Diese Reparaturen. Da ist man mal einige Tage nicht da. Genau. Löcher im Zaun. Hm. Hm. So, was brauchen wir alles, was ich gesehen habe? Wir brauchen auf alle Fälle die Zaunelemente. Sehr viel Stacheldraht, habe ich gesehen. Den ganzen Dreck kann ich mal gleich raus, wenn ich da gekriegt habe. So. Dann Holzstacheln, glaube ich, waren auch kaputt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Dann... Sonst was? Holz nehmen wir damit. Wir haben für heute unsere... Für Reparaturen. Ja, weißt... Es hört sich jetzt schon ruhig an. Aha. Nicht? Ich finde schon... Watsapp... Ob noch was kommt. Ich lauf außen mal rund herum. Da schaut ja alles gut aus. Da auch. Wir werden jetzt gleich beim Rauslaufen mit dem ganzen Stacheldrahtzaun nachbauen. Mhm. Da steht er komplett. Ich habe eh überall Blöcke reingegeben, wo er... ...löckrig ist. Ach, wir brauchen Federn. Federn. Guck, guck. Okay. Guck, guck. Okay. Ich weiß dann zwar nicht wohin, aber... Training. Training. So ist es. So, was ist da? Bis es killen. Bis es killen. Ja. Nix dran. So. Na gut. Na gut. Dann lauf ich. Ich bin jetzt rundherum. Dann noch mal da ein Stacheldrahtzaun. Das gibt es ja nicht. Wir hatten den... Hm? Da fehlen so viele. Das ist ja Wahnsinn. Soll ich reinkommen oder helfen oder sonst lauf ich mal? Nein, nein. Geht schon. Mach das schon. Okay. Dann lauf ich mal Richtung Wüste und schau, ob ich Federn finde. So, ein Stacheldrahtzaun. Da ist fertig. Jetzt bauen wir nur mehr außen. Mhm. Da weiß es, die Reihe kommt da immer noch. Da fehlt er komplett. Yes, da liegt ja auch noch so viel. In der Kiste. Eigentlich hat er jede Menge an Elemente da nur repariert. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. mit. Jesus. Hm. Okay. Und los geht's. Also, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die noch teilweise in der Nacht da herinnen spawnen. Ja, wie gesagt, das nächste Mal bauen wir kleiner, beziehungsweise Fallen. Also ausgetüftelt da das Ganze. Ja, ach ja, Batterien brauchen wir. Ich zerlege da gleich mal Autos. Ja. Gute Idee. Für die Minibikes. Für die Minibikes, ja. Unser nächstes großes Ziel. Minibikes. Damit wir den Radius ein bisschen erhöhen können, was die Loop-Tour betrifft. Und wir haben ja noch vorher einige interessante Orte hier in Nawetskane zu finden. Ja. Das ist auf alle Fälle das Football-Stadion, das möchte ich unbedingt ziehen. Ja. Und dann natürlich das Indianer Reservat. Das soll so typisch, wie es diese Apachen und so hatten. Mhm. So in den Kenyans so Bauten geben. Mal schauen, wie die ausschauen. Ja. Ob man sich das nur schöner vorstellt. So. Ob es da wirklich was zusammengebracht haben. So. Die Bäume, die ich testweise im verbrannten Gebiet gepflanzt habe, die sind tatsächlich gewachsen. Okay. Ja. Ja. Aber das haben wir ja schon mal festgestellt, glaube ich. Ich glaube. Aber die wachsen langsamer. Oh ja, ein Verbrannter. Ah, der steht so weit weg. So, den Hirsch lasse ich auch leben. Ja, steht so auf. Ja, ja. Okay. Ich habe das super. Jetzt legen wir unser Haus, unser Ausnahmsräuschen. Ganz schön frech, die Kerle. Jetzt spawnen sie eigentlich auch immer nach, gell? Mhm. Gut, der Riesbanner ist natürlich... Da ist er noch. Klar, dass der immer wieder existiert. Ja, sonst wäre irgendwann einmal kein Zombie mehr da. Mhm. So, dann reparieren wir die noch, die noch. Dann kommen da noch die Spitzen rein. Dann tun wir ja, da war ja noch so ein Loch. Oh. So, ich glaube aber jetzt haben wir es da. Dann laufen wir mal weiter. Südseite ist wieder hergestellt. Gucken wir mal im Westen. Da war ja auch noch ein Loch. Wo kugelt da noch einer? Also bei mir kugelt nichts. Ja, bei mir kugelt es rundherum, nur ich sehe keinen Kugler mehr. Ja. Ah, da vorne. Ja. Ah, da vorne. Ja. Ja. Gucken wir. So, jetzt tun wir das da. Gut, dann schmeißen wir das ganze Material wieder rein. Und dann verfolgen wir die Tibre. Mhm. Mach das. So. Na gut, das ist ein paar Zombies erledigt. So, dann schmeißen wir da noch einmal das ganze rein. Mhm. So. Wo habe ich noch was liegen lassen? So. Na gut. Brauchen wir eigentlich Sand auch noch? Haben wir genug, oder? Mhm. Es geht rein um die dämlichen Federn. Das ist die Elektrik im Moment gar nicht. Was wir noch an Sand haben. Oh, da ist ja Hunger. Ach ja, das ist ein guter Plan. Hunger. Essen. Da bin ich schon voll. Also. So. 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 Und wieder stehen sie auf vor mir. Ja, aber jetzt ist es deutlich ruhiger. So. 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 Da kugelt schon wieder irgendwo einer. Und ich habe keinen Tau... Oh. Zombieleere Gegend. Stimmt eigentlich. So. So schauen wir einmal, ob wir in der Kiste noch was drin haben. Mehr als genug. Oh, was schon her. Ja, ich habe was reingelegt. Warum habe ich das jetzt alles genommen? War aber nicht sehr intelligent. Hui, liebui. Unser Wald, das ist ja irgendwie cool. Aber darunter der Boden wird nicht normal, oder? Nein, das hätte ich noch nicht gesehen. Hm. Sehr cool. Ach. Hieschen. Oh, und ein Hirsch. Ja, hatte ich ein paar. Ich werde nur verfolgt. Ich habe keine Ruhe. Solange ein Hirsch. Wie du meinst. Aber eigentlich haben wir genug, gell? Mhm. Ich bin schon wieder voll. Ich bin in der Richtung unterwegs. Ich habe da jetzt auch einen brennenden. So. Ja, ein Schuss und der liegt. Da merkt man die Änderung. Mhm. Die Sinnvolle. Die Sinnvolle. Mhm. So. Gut. Dann bleibe ich hier mal kurz auf der Kreuzung stehen. Mhm. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet wieder ein bei 7 Days to Die. Let's play together mit der Tiba und dem Anduin. Da vorne läuft sie übrigens. Ja. Ja. Und bis zur Nachmittagsfolge. Ciao. 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 Ciao.